Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf dem zweiten Kanal. Heute mit einem saftigen Rebirth Island Gameplay in einer Runde, die wirklich komplett verpackt war. Denn Warzone hat wieder große Arbeit geleistet und wir sind direkt, nachdem wir einfach aus dem Flugzeug gesprungen sind, einfach instant mit Loadout gelandet. Ich weiß nicht, wie Call of Duty das schon wieder geschafft hat, aber es war auf jeden Fall auch eine sehr nice Runde, muss ich sagen, inklusive auch der neuen OTS-9. Das Ganze habe ich ja spielt mit der C-58, die in meinen Augen wirklich so die beste Long-Range-Waffe ist, die man aktuell spielen kann. Im Hintergrund seht ihr auch kurz das Klassen-Setup eingeblendet. Macht einfach kurz Pause, wenn ihr die Klasse kopieren wollt. Zusätzlich dazu haben wir natürlich auch die OTS-9 gespielte, die neue OTS-9, die natürlich auch speziell auf Rebirth Island wirklich extrem wild ist. Ich hoffe auf jeden Fall, euch gefällt das Video. Ich lasse die meisten Stellen auch wirklich uncut und schneide wirklich nur die Stellen raus, wo einfach wirklich einfach gar nichts passiert. Deswegen, wenn ihr das Ganze feiert, lasst natürlich hier auf dem Kanal gerne ein Abo da. Und falls ihr den Hauptkanal nicht kennen solltet, checkt das Ganze natürlich auch genau aus. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Gameplay und ich weiß immer noch nicht, wie sowas passieren kann. Let's go! Ich fahre mit Loadout. Ich fahre mit Loadout. Ich fahre mit Loadout. Ich fahre mit Fullpoli, digga. Glass Appetit Ich bin auch geklatscht! Hyah ch es! Paco! 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 Was ist das? Degar, warum? Ich checkes nicht, bro. uro Sie weiterspültig! Wenn du einen holst, ich habe Airstrikes noch finischen. Ah, fuck man. Digga, es ist ja wirklich komplett broken. Ja. Beschweren tue ich mich nicht, Digga. Immer schön direkt low dort. Bisschen... Ja. Ganz hinten an der Treppe ist auch einer. Der Snipe ist auf. Streckt. Ja, da chillt hinten an seiner Treppe. Ey, hier ist noch diese EMP-Dinge. No. Wie ein P-Drohne. Wie schafft man das, Digga? Das ist innerhalb... Was kam das Playlist Updates? Seitdem ist das so. Tja, es ist das krass. Einer ist über uns, oder? Äh, ich fahr grad irgendwo. Ah, nun. Ich hab nur jemanden gehört. Wir laden hier halt immer wieder. Ja, den meine ich. Wo? Wo ich. Schönen packen wir. Er ist über uns, kannst du mal gucken. Er droppt gerade. Hint uns. Und ne. Sniper wieder. Alles. Tja, was seh ich hier, Bro. Tja, was seh ich hier, Bro. Tja, was seh ich hier, Bro. Er hat Taktik-Einstieg, der ist so gut. Ich kann den Blackmail 1 Army Hey, den ab, hab da Kannst du abaim? Abstand Ich hab gesniped er droppt wieder oben was ist auf dem haus ja das ist ja ein traum bros was passiert hier gerade jungs träum ich träum ich es kann nicht sein das ist es muss ein bug sein können nicht mit loadout sparen das geht nicht hat jemand drohne maybe das höre ich jetzt ja wieso läuft die werbung kaiser du sagst was ist das stream von kaiser nebenbei auf niger alles ist ruhig die werbung ist nicht mehr gut ich habe ich einen packung vom shop und die sind unter uns ne achte du mein Vater ist oben reingegangen Hau kubred super bled nee der kommt nicht mach ich nicht, ich bin kütz er ist nicht kütz was? er läuft kurz schluck 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 ich check's nicht einer unter mir du musst jetzt aber nicht mehr sterben oder du musst richtig, richtig ah der schluck, der schluck dir jemand nein einer noch nice wir gegen 3 ne 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 oh ja egal den kriegt der wir sind im Headclitch im Headclitch im Headclitch der hat self 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 das wünsch dir geben das von mir da sind noch mehr hey let's go gg auf was? aus der Luft die in die Luft schließen ja ja nein das hat doch aber du kannst nicht komplett aus der Luft schießen digga ey weapon drop was ist digga was seh ich die die das